Wie wäre es, wenn er eine Pfeife hat und immer wenn er pfeift, kommen Schallwellen? Okay, dafür muss ich zuerst eine Pfeifenanimation zeichnen. Die besteht aus insgesamt 16 Bildern, in denen Lascha erst die Pfeife rausholt und dann reinbläst. Schnell genug abgespielt, sieht das dann ganz ordentlich aus. Außerdem habe ich noch Schallwellen gezeichnet. Die fertigen Animationen kommen dann ins Spiel und ich muss programmieren, dass Lascha pfeift und dadurch Schallwellen spawnen. Im Spiel funktioniert das dann alles... Was ist das denn? Noch nicht ganz. Die Schallwellen spawnen an komischen Positionen und manche bleiben einfach in der Luft stehen. Das habe ich nochmal behoben und jetzt funktioniert's. Mir war das aber ein wenig zu langsam. Deswegen habe ich die Animation nochmal angepasst, sodass Lascha immer dreimal schnell hintereinander pfeift. Jetzt ist es doch ganz nice.